So, dann schieben wir jetzt nochmal hoch. Es ist kalt, Nils wollte mich nur ein bisschen befummeln. Nein, das wird zu Hause. In der Öffentlichkeit. Ich kann euch heute auch schlecht schlafen. Oh mein Gott. Hütten, hütten, hütten. Oh, Scheibe. Oh, Scheibe. Oh, Scheibe. Oh, Scheibe. Oh, Scheibe. Oh, Scheibe. Wow, das ist so schön. Bis zum nächsten Mal. 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 So. Wer hat den Grill dabei?